Faxes ist der er hat noch ein Mensch getötet, er ist schade das hat den komischen Typen hier was? ey die Leute bewegen sich ja was macht ihr da? ich hab Angst, ich hab äh ah nicht, 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 geh warum bist du so sicher, dass André nicht? ich weiß, hab ich dich überhaupt nicht gesehen geh weg, geh weg, geh alle weg, geh alle weg was ist das für eine Map, das ist doch nicht die Bowlingbahn so, was ist das dann? ich bin irgendwo, keine Ahnung, wo ich bin bis im, mein Dienzender Raum das ist eine Pistole ich hab auch keine Ahnung, wie ich hier rauskomme was war das? na, wenn's Pistole war, war ich's warum warst du auf mich, du Arsch? Arschkopf aha, die Waffen nicht yo Leute, Party kann beginnen hier da brennt schon alles da brennt schon alles da lebt noch ich lebe noch ok du und? wow Lennart, hör mal auf, bitte groll hier doch nur rum wenn du Spectator bist, darfst du ja auch nicht einfach sagen wer lebt noch, hör ich ich war ein Fass, das bewegt sich von allein was ist denn das hier für eine Waffe, was kann ich mit dir machen? was kann ich mit dir machen? äh, äh, Poltergeist keine Ahnung damit kannst du Gegenstände bewegen damit kannst du Gegenstände bewegen lassen strike wiii 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 komm schon okay, Schrottgun 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 ach, jetzt hab ich die Waffe wieder, die will ich gar nicht ist geil, die Waffe ich hab ne Klau oh, das ist Alex von Half-Life 2, die ja, die bewegt sich sogar, wenn du die anschließt das ist echt überwältig wenn du die anschließt, bewegt sie sich ja komm, wirklich ich krieg den NPC nicht gewonnen hm oh innocent was denn Lennart was? ich hab deinen Namen gehört ja, ich hab nicht mal geschossen Alter, ist die Map hier wie groß ich hab Angst Leandre le- äh hi hi ich vertraue dir nicht da steht einer vor der Tür ja, super, danke ja ja fuck it alter, Christian ich rufe Dennis und dann schreibst du Lennart ich hab deinen Namen gehört ich hab aber Lennart wirklich gehört ich hab den Namen Lennart gehört boah, wahrscheinlich hat sich Dennis und Keks gefreut als er das gehört hat ja, war schon geil ja, war schon geil echt, dann hätte ich auf jeden geschossen ich hab gedacht, hm lass ich Lennart in Sicherheit wiegen er guckt raus ok, jetzt geb ich nen Headshot er ist great auf jeden Fall aber wenn er mich nicht anschießt ha oh he hm 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 ich hab noch keine Waffe, ich hab noch keine Waffe, oh mein Gott, sonst was. Das Bull jetzt. Oh nein. Pua! Oh, das Bull jetzt. Oh man ey, warum ist hier denn irgendwo? Uh, da geht jemand wohl. Okay. Das ist aber nicht nett. The traitor test has been broken. Ja, da kommt man gar nicht her. Doch, hier oben kommt man drauf. Ich hab keine Waffe, oh, ich hab jetzt ne M16. Oh Gott, explizieren mir ne Fässer. Was weiß ich dir eigentlich alle? Ah. Ne. Glaub ich bei der M16. Oh. Oh. Booyah, Explosionsfass. Oh. Stopp, stopp. Bluebird. Wenn ich herstelle, ist es Bluebird. Oh. Oh. Booyah. Wollt's kacken. Raus aus der Toilette! Du bist in der falschen Toilettengang. Hallo! Hallo JA, ich hab's geschafft! Ich hab die Traitor verlangt die wir zu besterben Mit Windchill Na, André, du bist ein toller Traitor Was? Was ist denn toll? Was hat das denn? Boah, Jungs, ohne Spaß, ne? Ich sag so, wenn ich jetzt gleich tot bin, ist es Bluewatch Ja, das Problem, was? Und, 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 es reagiert einfach keiner Ich hab einfach jeden gekillt, die hab ich alle gefickt Ja, ich bin stolz auf dich Ja Ja, das Problem ist, ich hatte einfach keine Waffe Ja, bla, bla Ja, komm Hä? Huh? Und, ich musste so lachen, als ich, als ich, äh, Riccardo gefördert hab und es einfach niemand Oh, ne Spaß, und ich sag's noch Und, ich, ich musste so ein ganzes Lachen, die Wollte ich aber extra zu Ende reden lassen, damit es nicht so auffällt Ich glaub das hätte keinen Unterschied gemacht Ich glaub ich auch nicht Ich bin jetzt auf jeden Fall immer Endo Äh, da würd ich mich vom Fernhalten nennen, da ist eine Traitor-Falle drin, dann kann das alles in Fackeln Okay Lass mich raten, der Quill schreit Ne, das geht dann, ne, das geht dann, das Rollgatter geht hier sowieso Ja Gott André, André wurde getötet Falls man's irgendwie nicht aus dem Kontext verstanden hat Ah, Lennart snipert, Lennart snipert Nääääääääääääää Ahahahahaha Ahahahahaha Ahahahahahahahahaha Ahahahahahahaha Was hast du denn? Ahahah, das sah so geil aus Ahahahahahahaha Ich hab das grad so gesehen, ich hab... Ich war hinter der Wand Das Beste war, wie ich Dennis grad getötet hab Er läuft die ganze Zeit immer zu mir hin! Ich, Twitter-Falle, ist ein Loch! Er geht weiter rückwärts! Er fällt runter in den Loch! Gut, sorry, dass ich, ähm, dass ich den Verdacht auf dich geschütt... In den Vasen sind die Waffen drin. Oh, alles so grün. Und es gibt nur Scheißwaffen. Äh, mein Spiel hat sich wieder minimiert. Ah, das sieht aber ziemlich cool aus. Oh, 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 Waffe! Oh, wie geil, man kann die Vasen kaputt machen! Ja, man kann, ich weiß nicht, ob man die anheben konnte. Weiß ich jetzt nicht, ich glaub aber nicht. Was haben wir mit der Crowbar dran? Das ist alles. Ja, ich war mal überlegen, ob man die wie bei Zelda werfen kann. Oh, ich bin ja grad noch drin! Oh, 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 oh! Nee! Boah, zu Glück! Zeug, ich hab keine Waffe! Dennis! Wenn ich sterbe, ist es Lennart. Ja, schon klar. Halt die Schnauze und gehen an den Weg. Ich hab einen Trader gekillt. Ähm, bum bum, was? Hey, warum? Weswegen? Hast du ihn gekillt? Weil er, weil er, äh, Glow gekillt hat. Ihr könnt nachgucken, er liegt unter dem dicken Baum. Ja, natürlich ist es dann Lennart. Ich bin's nicht, du hast einen Trader gekillt und, äh, Lennart wird dann auch über das Ausschlussverfahren. Ja, dann erlaubt Lennart, der Schnapper bestimmt. Ja gut, du kannst nicht wissen, ob ich jetzt bin, aber, äh, dann kann ich, dann kann ich ihn ja versuchen zu töten und wenn er mich tötet, dann weißt du's ja. Jaaa. Ich hab ihn auf jeden Fall schon richtig angehältet. Also wenn, ich weiß ja, dass ich hier nur bin, also du wirst es dann leichter haben. Oh, warte, sorry. Das bin ich, das bin ich, das bin ich. Da, ich hab ihn gesehen. Ich auch. Geh andersrum. Ey, wie das, wie dieses Mal andersrum war's, und zwar als immer zwei Torhüter gegen einen, und es sind zwei Torhüter gegen einen, und es sind zwei Torhüter gegen einen, und es sind zwei Torhüter. Soll der gerade eine G-Hat holen. Ja, das bringt aber nichts, wenn die beiden, ähm, wissen, dass du... Die Ocarina... Ja, und, äh... Mach es voll geil eigentlich. Ja, die Chi-Hat ist geil, wenn aber nicht, nicht jeder weiß, dass du, äh, äh, Väter bist. Dann der Überraschungsschern. Hallo! Ja, 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 ja. Ach, dieses Mal ist das der andere Dorf. Oh ja, Rufi. Sogar mit Zelda-Musik, das ist echt geil. Ja, Frau Gart. Ja, Frau Gart. Ok, hab ich schon gemacht. Ach, warum schreibt ihr mir denn nichts? Wir mögen es einfach nicht. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Warum wir die uns schreiben? Oh, jetzt hab ich ja mit einer Pistole. Oh, jetzt hab ich sie wieder eingesammelt. Ah, meine, ich find da nicht mehr Waffen. Du, bitte geh weg. Wollen wir die Barschen? Wollen wir den Alarm gehen? Nein. Nein, Mist. I'm watching you. Ich frage mich, welcher Täter als erstes die Ocarina aktiviert. Man kann eine Ocarina aktivieren, wie geht das? Das ist im Hauptfeld, wo diese sechs Felsen sind, im Marktplatz. Da ist eine Ocarina, wenn du die als Täter ansprichst, regnet das. Ist ja cool. Was? Wer schiebt das? Hier wohl die Schüsse jetzt. Ich wollte gucken, ob das geht oder wie das geht. Wusstest du denn? Die müsste doch hier irgendwo sein. Ne, bei den Baumstämmen hier. Hier. Ja, ja, hier, ne? Na, hier, wenn du die jetzt aktivierst, dann regnet es. Na, wenn du E drückst, als Traitor. Ach so, ja, gut. Ja, ich schieße dich nicht, wenn du Täter hast, keine Sorge. Naja. André. Hier, wenn du mir nicht glaubst, hier hast du alle meine Waffen. Ja. Ach so, gerne. Ja, gerne. Da hast du noch ein bisschen Angst vor. Ne, ich will nur wissen, ob du noch lebst. Ich bin Indo, also wenn du mich jetzt umbringst als Traitor, dann ist alles in Ordnung. Hier hast eine M16, hat viel Money. Ich glaub, es ist Dennis. Warum? Weil du gerade so bedrohlich da rumgehockt hast. Ja, ich... Meister, ich möchte hier ein bisschen so... Ich habe Angst. Hör auf. Dann renn weg. Renn weg. Lauf. Du auch. Spring. Springt alle. Ich mag's. Dein Herz. Ich bin tot. Ich bin ein Geist. Ich bin überall und nirgendwo gleichzeitig. Dann darfst du dann nirgendwo sprechen. Ich bin Darkwing Duck. Darkwing Duck. So ans Risiko. Jawoll. Halbwester gestorben. Hab ich's gemacht? Ah nice. Du bist so ein Arschloch, ich hätte wissen müssen. Niemand rennt freiwillig mit einer Sekundärwaffe rum. Hä? Ich renne immer mit meiner Antibie rum. Immer. Ich renne immer mit meiner Antibie rum. Du bist so ein Arschloch. Wenn ich eine Deagle habe, benutze ich immer die. Okay. Gut zu wissen. Ja, das hilft aber nicht, weil ich immer mit her rum renne. Halt auch als innocent. Christian Feuer, nimm mal den 6. Das ist für die Munition. BAM! Dich hab ich nicht erschossen! Dich hab ich nicht erschossen! Dich hab ich nicht erschossen! Ne, na. Andri war's, ja. Sollte ich manchmal merken, wo's hier die Dinger gibt? Ne, die sind random. Ja, die sind random. Ich hatte hier gerade die Pumshot, weil ich habe die M-Diegel. Ey, jetzt hast du die M-16, die ich gerade bekommen habe. Ah, wer will denn diese Waffen hier, ey? Das ist ja ecohaft. Ecohaft. Hm.